so hi und hallo mal wieder wie ihr seht heute beim einkaufen das neue disney violetta spezial entdeckt und das ist die nummer 5 2016 für 3,99 euro und was ist da drinnen ein glamour tagebuch oder dranne und das schauen wir uns jetzt mal an was dahinter steckt was da dranne steckt wer sich natürlich das magazin schon gegönnt hat möge mir auf jeden fall kommentieren was er davon hält halt wie er es findet und 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 aber jetzt blättern wir erstmal hier ein bisschen in das violetta spezial drinnen rum ist ja ziemlich viel wissenswerte bei kreuzworträtsel also spiele meine ich jetzt merchandising zwei große poster über die neue staffel was werbung geschichte nochmals geschichte hat diesmal nur 16 seiten und dann ist schon schluss also das ist das neue disney violetta spezial nummer 5 2016 für 3,99 euro und jetzt kommen wir zu das tagebuch obwohl ich will ich natürlich auch wissen was dahinter steckt oder was da dran steckt also das tagebuch ist so stopp beschichtet mit so einem foto aufgeklebt und violetta dann einfach nur leere seiten und diese nicht ganz weiß die ist mehr dieses papiergraue also wem es gefällt möge mir auf jeden fall kommentieren wer das magazin auch schon hat natürlich auch was er davon hält und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu